Und ein hervorragendes Buch, jetzt auf Deutsch erschien, das neue Pearl Harbor. Der 11. September ist ja ein ganz wesentliches Datum, gerade von uns unter 40-Jährigen. Und seit dem 11. September hat sich sehr viel geändert, nicht nur die Geopolitik, sondern vor allem auch der Journalismus. Dieses Buch von David Ray Griffin gab es ja lange Zeit nur in Englisch, jetzt liegt eine deutsche Übersetzung vor. Ich kann nur raten, dieses herausragende Buch sich zu kaufen. Das neue Pearl Harbor, überarbeitete Auflage.